Einen wunderschönen guten Morgen, 2. Dezember. Ich muss noch so ein bisschen warm werden. Ich muss noch so reinkommen in diese tägliche Routine der täglichen Videos. Warm werden ist ein fantastisches, total unbeabsichtigtes Stichwort. Es geht heute um Heat It. Das ist ein kleiner Stichheiler, so nennt er sich. Ein kleines Zubehör, ein Accessoire, das Mückenstiche malträtiert. Das hat, ich versuche das mal auseinander zu ziehen, auf der einen Seite ein Lightning-Connector und auf der anderen Seite so eine kleine Platte, die warm wird. Und die drückt man auf einen Mückenstich und dann unterbindet das den Juckreiz, den Kratzdrang. Und wie wird der warm? Der wird natürlich im Smartphone warm. Es gibt eine App, wie es für alles eine App gibt. Er wird erkannt und dann gibt es eine App, da stellt man noch so ein bisschen die Sensitivität ein und wie lange er warm werden soll. Das ist total ungefährlich. Also das können auch Kinder benutzen. Und dann drückt man das auf den Mückenstich und dann unterbindet das oder lindert zumindest hoffentlich so ein bisschen diesen Juckreiz, den Mückenstiche auslösen. Gewöhnlich. Ein sehr kleines Accessoire und das ist der wirkliche Vorteil gegenüber den dedizierten Geräten. Die hat man einfach immer oder diesen hat man immer dabei. Man lässt sie nämlich einfach am Schlüsselbord im Sommer und kann in jeder Zeit benutzen. Für Kinder, für Erwachsene ist komplett ungefährlich. Es wird nicht wirklich, also es wird schon warm, aber man kann sich da nicht verbrennen dran. Das ist ein Stichheiler. Eine Kategorie, die mir, ja, ich habe noch kein anderes dediziertes Gerät, was sowas gemacht hat. Und ich habe extrem viel positive Erfahrungen damit jetzt schon gesammelt. Kommt natürlich ein bisschen auf die Person an und auf den jeweiligen Mückenstich, wie früh man es anwendet und ja, wie viel es dann wirklich hilft. Aber es kann helfen und dafür kann man den dabei haben. Ist recht kostengünstig, kann, wie gesagt, den Kratzdrang so ein bisschen unterdrücken, die Schwellung vielleicht minimieren. Heated, ein kleines Accessoire für den Lightning-Anschluss eures iPhones an diesem 2. Dezember. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht es an dieser Stelle weiter.